und willkommen zu Part 2 Guck mal die Schlucht runter ja Achtung links oben müssen es geht wenn wir da runtergehen nein mein Baby okay nein wir gehen jetzt wieder nach oben folgt mir mal einfach Weißt du noch wo? was ist mir nicht irgendwo runtergefallen? Nein Moment Oh jetzt noch 3 Ich glaub hier oder so Weiß nicht wie viel Eisen hast du denn schon? 5 Ich hab 30 Jetzt ohne Scheiß? Ja und ich farm grad noch mehr Loll Oh da drüben ist noch mehr Eisen Oder wir machen so ein Cave Life Nee Nee Warum nicht? Wir machen hier so ne Baumzucht und so n Scheiß Ja ich will ganz neben einer Biene leben Hallo Nee Wer will das nicht? Ich Ich bin einmal gestorben He Nicht wegen mir ne? Nein nein Ja Dann wollten wir dich rauskommen Alter Opa ist das Gerät auf Ja Alter ist die Höhle riesig Warte mal Moment Moment warte mal Ja genau Fahren du noch ein bisschen? Ich baue Ich baue hier ne Workbench Oh Die hab ich nicht mehr Aber ich hab noch Holz Ich kann dir sagen Ich hab schon Holz Ich hab auch eine gewonnen Okay So Jetzt Bucht mal nach die Amantmarsch Warte wir machen uns jetzt mal alle ne Eisenspitze Okay Hast du nen Oven? Ich hab nen Oven Oh Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ich hab noch Verlust So Ah Hä? Achso Ah jetzt ist die Kunde Ah jetzt ist die Kunde Sinnlos Bei mir hat's grad nur ein Kohlestück angezeigt Nein, hier ist Linie 2 Workbench Ich weiß Aber schöne Aussicht wirklich Sollten wir ein paar Fuckeln machen Ja mach mal ein paar Fuckeln Hey 20 Stück Ey warum nicht so ein Leben im Cave so Ja wie wollen wir an Holz kommen? Ja wir machen uns hier unten ne Plantage ganz einfach Ich weiß auch wie wir das machen Das ist ein bisschen Zeit Ich hab ein Ein Holzsatzling Ja Ja wir brauchen ja Hier normales Gras Achso Ja Wir lassen das so langsam von oben runter runter wachsen Ja genau Ich guck mal welche Höhen wir sind Okay Ähm Hier kannst du jetzt Ich mach dir mal eben ne Spitze ab Okay Hier Ja Ja Äh Ja das reicht noch für ein Wir haben ganz viel Eisen aber leider kein Holz Ich hab Holz Wie viel? Äh über ein Stack Also Echt jetzt? Boah warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Noch mal ne Kiste Das soll ich dir noch alles sagen? Also äh Äh Das Problem ist wir haben kein Essen Klar Verrottetes Fleisch gibt's hier in Mengen Ich hab ein verrottetes Fleisch Äh Ich hab zwei Ich stell mal die Bettner neben den Gruppen Also ich mach mal so einen Schlafraum Warte hier können wir unsere Leica Boss Hehehe Oh 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 Pfff Also wir lassen unsere Mega Bambus wachsen Hehehe Quasi stell mal ne Frage Ich weiß nicht ob das für die Zuschauer so interessant ist aber irgendwie Ich find's irgendwie lustig so Ja So am Wochenende so mit dem Kumpel zu zocken und irgendwie so geile Pläne haben irgendwie so Äh ne lass doch mal so ein Cave Life machen Wir müssen aber alles so ausleuchten mit Schildern versehen und nen Kax äh Kämpf von unserer Base rum Ja Ertrink Ja So so jetzt Ich ertrink Verbrennen Genau so Wie ist sowas passiert von sich Moment ich muss gleich meinen Moral packen Ah also Moment ich hab auch noch im Bett hier Und äh Nee nicht da hin Da hin Hehehehe 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 Mach das irgendwie hier Hehehehe Hehehehe Fand ich Mach mal das Loria zu Am besten mit Sandsteigen Das sieht toll aus ne Hehehe Leica Boss Er Hehehehe HeOps sein das heißt dass im Zuckerrohr besser auf Sand als auf Erde also ich so als Oldschool Minecraft hat er mit der Alpha angefangen hat und so ja nein oh mein Gott ich bin zu behindert ja das finde ich auch aber naja man kann leider nichts dagegen danke schön das Wasser regt mich voll auf hier das ist doch gut ich meine das Wasser guck wo das Wasser hinfließ, genau als ich Zuckerrohr platzi nicht leiten wir es um ja genau so ja ich will hier jetzt nicht verbrennen oder ja ist ja stille äh hier also äh fein aber egal ähm ich wette ich fang ja noch rein ich baue das jetzt zu ich weiß ja gar nicht was du gerade machst eigentlich äh ich hab grad das Wasser umgeleitet so dass es in die Lava fließen geht äh oh da drüben was du da oh ich sehe Diamant echt? ja ja jetzt ohne Scheiß oh ja da drüben ja ja Moment ich baue mich mal necke Buster hin ja ich komme auch hehehe aber oh lol lol was ist da gerade runtergefallen? ein Creeper ein Creeper kann ich in die Lava naja warte warte Moment Moment ich muss ich muss ich muss ja genau mach mach so was jetzt muss man eben umswitchen auf DIRT ich will aufbauen ich will abbauen Leider nur zwei Stück. Das reicht für eine Schaufel. Da ist Redstone. Dann könnten wir uns einen Kompass bauen. Warte, ich meine hier eine Uhr. Kann man mit dem Boot ins Wasser? Alter, es kommt immer näher. Da oben ist er. Guck nach oben. Ein Creeper. Komm, komm, hier so dahinten. Guck mal, wie der da wartet. Der wartet noch weiter. Ich habe keine Weile, aber keinen Bogen. Ich könnte mir einen Bogen machen, soll ich? Lol, er ist weg. Wie ist Lendermeld? Ja, er geht. Und springt er. Nein, er springt nicht. Da springe ich jetzt aber nicht hoch. Ich mache das. Komm, ich mache das. Ich opfere mich. Ich nehme mir mal das Redstone. Ja, das meinte ich. Ach so. Jeder hochschwimmt, um das Wasser wegzumachen, habe ich genommen. Ach so. Also, wenn ich hier anfangen würde zu brennen, wäre das gar kein Problem. Ich habe schon 35 Shredstone. Was? Ich habe schon 35 Shredstone. Ich habe schon zwei Diamants. Er ist da. Und er verreckt. Aha. Ja, verrückt. So, wenn wir uns gerade Eisenrüstung machen mit dem... Oh, die hat noch mehr Rüstung. Also, ich fand Eisenrüstung nie so... Ich habe lieber Bock auf eine Goldhose. Da mache ich die an Goldhüs. Ich glaube, dass... Oh, ich werde jetzt sterben. Ich glaube, dass Part 2 auch langsamer... ...unsere Zeit kommt. Oh, ich habe es... Äh, wow. Enderman! Aber ich habe Diamanten. Wir sind Diamanten, aber auch ein Enderman. Soll ich da trotzdem runterspringen? Nein, nein, warte, warte. Ich muss erst mal... Siehst du Diamanten da unten? Der Typ ist doch wie Slenderman. Wenn man ihn anguckt, dann kommt er in hohe... Ich mag gucken. Warte, du hast das eigentlich schwer. Du machst das... Warte, ich... Aber das und vieles mehr in Part 3.